Nichts Zeit präsenten. Für Bruce seine Position wäre der gut gewesen. Also, Riki da so, okay. Hier der Maid. Die Objekte hier hin. Hier ist Rai, guckt. Und wir reagieren, wir stellen uns erstmal hier hin. Und alle Gold durchladen, bitte. Aber das ist nicht... Wie blöd! Und das übliche, denkt an die Schusskanäle hier oben. Nicht, dass er an die Seite oder in den Arsch kriegt. Gerade der Mähtier muss aufpassen. Also, was muss ich machen, damit ich den Arsch kriege? Stöhnen. Kai, du reagierst dann da oben. Dementsprechend. Erik, fahr gerade rein dann. Du musst rein fahren. Naja, stell dir bei uns. Der war dann wenigstens vorne hin. Gil, du schaust hinten, wa? Ja, ich schau. Linda, dich hätte ich gerne hinter dem Schulthaufen. Wieso, Linda steht da unten? Ah, ne. Ja, dass du so ein bissl, äh, dort rein loomen kannst mit. Bitte sagen, wenn ihr offen seid. Drückt F7. Hier so, Kai? Ja. So dass du so ein bisschen spotten kannst die Seite. Mhm. Ich guck da halt schon hin, ne? In die Richtung. Hm. Komm, das stimmt immer in Höhe. Immer gleich. Ja, die stehen auch defensiv zu. Das kann auch sein. Jetzt warten wir mal ab. Ich mach mir noch ein Bierchen auf, okay? Werden so oder so, komm. Die wollen ja nie verlieren. Ich wollt grad sagen, es ist nicht mehr scheiße, ne? Mitten während des Spiels. Alle goldenen. Wie Earl Cartman. Ja, genau. Aber leider hab ich keinen, der mit mir in der Wohnung mitlebt. Also ist das ein bisschen schwierig. Gefechtenruhe. Ich würd sagen, wir warten bis Minute 8. Und dann versuchen wir auch was hier runter. Was war das denn? Okay, der LP. Ich will noch gucken. Ihr seid offen, ja? Jo, ich bin offen. Aber ich nicht. Also, gut. Ich könnte offen sein. Ich glaub, ich hab keinen sechsten Sinn drauf. Oh, Mann. Fett mir grad auf. Oh, braucht man das. Aber der muss mich aufgemacht haben. Linda, bleib stehen! Stell dich einmal safe und dann bleibst du stehen endlich. Die wissen jetzt eh so, wo wir, wo wir hier stehen. Okay, da sind wir. Ja, jetzt sind wir bald alle offen. Okay. Jetzt ist Christian mit rausgefahren. Ich war gespottet. Tom, fahr mal ein Stückchen zurück, dass der dich nicht aufmacht. Der macht mich ja auch. Fahr ein Stückchen zurück. Aber die haben, die Leute am Cap haben sie nicht gesehen. Da sind wir nicht aufgemacht. Sack, das sagt nur Kai oder ich an, bitte. War Rico offen hier? Ne, ne? Jupp. Ich auch nicht. Und von dem Ganzen war auch noch keiner offen. Navy Meister, kommst du mal mit? Navy Meister und meine Wenigkeit waren schon offen. Nein. Also ich war es noch nicht. Also ich war es noch nicht. Da ist ihn mal pieken. Bleib stehen. Der kommt, der kommt. Ne, doch nicht. Ich... Ich... Bleib mal unten IS-3. Ich versuche den zu cachen da oben. Ich hoffe, dass er jetzt runterfährt ein bisschen. Ja, isolier dich nicht. Ja, hast recht. IS-3, komm mal mit. Ah, der fährt die andere Gasse. Mist. Nein. Wenn nicht, fang ich ihn ab. Da kommen sie, da kommt der Push über den Hill. Die kommen. 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 euch dementsprechend. Wir bauen Crossfeuer auf. Hier ist 3A. Hier ist 3A. Hier rein. Hier kommt hier ran. Du versuchst, die aufzuhalten. Das Objekt versucht, die aufzuhalten. Stell dich quer. Der Alpentiger verlagert sich. Komm heran. Hier ran, Alpentiger. Der ist alleine jetzt. Nicht reinpushen. Der IS-3 ist alleine hier. Haus mit dem. Das war nur eine Finte. Der ist gecheckt. So. Alpentiger hier hin. Sideshots. Die 50 sind auch gleich wieder durchgeladen. Wahrscheinlich. Eric, zurück. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen, ja. Kein Nerven. Wir brauchen deine DPM. gleich. Alpentiger hier durchziehen. Komm. Durchziehen. T45 mithelfen. Hier in den Arsch. Ihr zwei. Schießt dem ein. Ganz schnell. Auf geht's. Ohne anzuhalten. Guck auf die HP. Nimm das Objekt zuerst. Ricke. Objekt. Schießt du HE? Okay. Steht auf Kette. Patrick ist wieder E geschossen. Falt. Das war HE. Oh nein. Nein. Hast du kein Gold dabei? Nein, es spielt hier. Nicht jetzt diskutieren. Ja. Die ist drei. Ist auf Kette. So, unten rein, Ricke. Unten rein. Gut. Nein, trennt euch nicht. Trennt euch nicht. Bleibt zusammen. Bleibt in Sichtkontakt. Keiner isoliert sich vom Team. Keiner. Ja, wenn du jetzt aber alle vorziehst, dann wirst du weggekippt. Leute, einer sagt an. So, hier hin. Komm. Guten Abend. Jetzt was machen sie? Jetzt sind wir völlig blind. Ja, wir müssen in den Cap rein. Also gut, versucht's. Die sind schneller. Die fahren uns davon. Rein hier. Zieh durch. Hier unten. Ich hätte den T-44 hinten gelassen. Hier hinten. Also 44er, du versteckst dich hier irgendwo. Ja. Nimm HE. Wir haben noch sieben Minuten. Genau. Und du versteckst dich schön hier. Ich würde jetzt nicht gleich Cappen fahren. Damit rechnen die nicht unbedingt. Die glauben wir verteidigen. Ach Leute, wer ist euch einig? Einer sagt an. Ja, ich weiß auch nicht was los ist. Jeder sagt wieder was anderes. Wir gehen jetzt in den Cap. Wenn's schief geht, geht's schief. Dann ist es halt so. Der T-45 lädt HE und geht hier safe, okay? Ja. Alles klar. So, wir fahren mit einmal rein. Ja, alle rein. So, ich warte jetzt hier. So, jetzt mit Schwung. Und los geht's. Und ihr stellt euch schön safe hier ans Haus ran, okay? Und Rieke lädt bitte Gold. Da kommt schon einer. Ran, ran. Rein in den Kreis, Rieke. Rein in den Kreis. Versuch die Kette zu schie... Die Kette, Rieke. Die Kette. Schön. Schön. Schön, der Trackshot. AMX ist getrackt. One-Shot. Nein, auf den anderen, Rieke. Auf den... Auf den One-Shot. Nimm den One-Shot raus, Rieke. Fahr vor. Der hat gerade geschossen. Schön. Verleg dich so, Rieke, dass du schießen kannst. Ne? Mach das ruhig. Erlägt ihn auch. Ja. Verleg dich so, dass du schießen kannst. So, jetzt... Den nimmst du jetzt raus, Rieke. Pass auf deinen Arsch auf. T-44 hilft dir. Ruhig, lass dich spielen, bitte. Rieke, drehen! Dreh dich. Ja, Rieke. Ganz ruhig. Der T-44 hilft dir. Ganz entspannt. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich noch ein Stück. Noch ein Stück. Dreh dich. Dreh dich. Jawohl, schön. Der T-44 hinten, Cap. Okay. Nee, nicht im Cap. Jetzt. Ja gut, doch. Fahrt da drauf. Bleib im Cap. Hinter die Wracks. Hinter die Wracks. Hey, Jungs. Sie soll einfach stehen bleiben. Jetzt redet es nur aktuell. Lass mich mal jetzt hier, komm. So, T-44. Du passt auf, okay? Stell dich in das Wrack, T-44. Stell dich dahinter. Die Rieke guckt in die Gasse hier. Genau da, wo sie hinguckt, guckt sie schön. Und du guckst nach rechts, T-44. Rieke, nach rechts. Nach rechts, nach rechts. Wahnsinn. Jetzt ist ein Warnshot, alles gut. Komm, T-44. Jetzt Rieke, jawohl, sauber. Himmel hilf. Leute, ganz ehrlich. Ja, das müsst ihr nicht machen. Ben, beißt auf die Zunge. Ja, ihr müsst euch echt auf die Zunge beißen. Aber es war okay. Ich habe keinen Fokus vorher verstanden. Also es hat irgendjemand was für ein Objekt gesagt. Es sind fünf Objekte auf einen zugekommen. Also... Ja, musst du selber gucken, wer weniger HP hat. Dann musst du deine Kanone auf Streuschuss stellen. Ich habe meine Fünfer. Hab ich. Schau mal hin, was ich gespritzt habe. So, mal ganz kurz. Ganz kurz anderes Thema. Ich habe meine Fünfer, weil Wole hat hier... Ich habe meine Fünfer, weil Wole hat hier...